So, jetzt bin ich im Wemette Canyon, kurz vor Thunder Bay und in der Sache da ist es Badatüff. Jetzt habe ich es mit der Höhe noch, was ich sowieso schon nicht gerne habe, aber meine Güte, jetzt geht es jetzt ab und zu mal, wenn man etwas sehen möchte.